Und Vorbereitung der Frauen über die 400 Meter Huberfahr. Auvergne, Jackson, Schürmann, Meier, Kiburz, Seiler. Die Bahnverteilung von innen nach aussen. Favoritin ganz klar, Bahn 5, Robin Schürmann, LC Zürich. Zweiter Anlauf hat geklappt. Avril Jackson gut aus den Blöcken gekommen. Aber Robin Schürmann schon an der ersten Hürde vorneweg. Man kann das sehr schön sehen, wenn sie die Hürde überquert. Jetzt schon an Avril Jackson vorbei. Ein sehr schneller Start von Robin Schürmann, die endlich mal die 58 Sekunden Marke knacken will in diesem Jahr. Und ganz eine klare Angelegenheit. Es ist Robin Schürmann vorneweg. Avril Jackson ist auf dem zweiten Platz. Doch sie ist nicht medaillenberechtigt. Also ist es Bettina Meier zur Zeit und auf der Innenbahn ist es Gael Auvergne und Anina Farr. Nein, es ist Gael Auvergne, die ebenfalls noch einen Platz auf dem Podest kämpft. Es ist 57.96 für Robin Schürmann, ganz klar. Und dann die weiteren Podestplätze Bettina Meier und Daniela Kiburz vom LAC TV Unterstrasse, die sich da auf die Medaillenplätze geschoben haben. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.